So, weil ich angefangen habe zu sehen, habe ich hier auch noch das Mikro dafür drin. Momentan benutze ich das Kamera-Internel-Mikro. Ich glaube, ich schneide es auf. Den Teppichmesser. Gleich wieder da. So. 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 wird gleich getestet. So. So. Dabei ist noch eine Tasche. Eine Anleitung. So. 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 Einmal für den Synthesizer und einmal für in die Kamera. Jetzt habe ich hier einen Mikrofonstonger. Das ist ein Mikrofonstonger. Das sieht auch korrigativ aus. So, die Panne lässt sich festhalten. Das kann man auch festmachen. Das sieht einfach lustig aus. So, bis später. Tschüss. Das ist ein Mikrofonstonger. Das ist ein Mikrofonstonger. Das ist ein Mikrofonstonger. Das ist ein Mikrofonstonger.